Ob ich voreingenommen bin? In der KI entsteht Bias, wenn die Daten, mit denen die KI trainiert wird, nicht ausgewogen sind. Das führt dazu, dass die KI Vorurteile entwickelt. Ein Beispiel ist die Bewerbungsauswahl. Wenn eine KI mit historischen Daten trainiert wird, die bestimmte Gruppen bevorzugen, kann sie diese Vorurteile reproduzieren. Bias kann Ungerechtigkeiten verstärken und zu unfairen Entscheidungen führen. Das kann ernsthafte Folgen für betroffene Menschen haben. Um Bias zu vermeiden, müssen wir sicherstellen, dass die Daten vielfältig und repräsentativ sind. Außerdem sollten Entwickler regelmäßig überprüfen, wie die KI Entscheidungen trifft und sie bei Bedarf anpassen.